Was geht ab, ihr Zocker? Und wir spielen eine weitere Runde Chivalry 2 und diesmal habe ich was ganz besonderes vorbereitet, nämlich einfach mit was weiß ich wie viele Leute da drin sind und die vermöbeln wir jetzt einfach mal. Was labert der da? So, wir suchen jetzt schon ein Match. Zehn Sekunden. Oha, geht aber schnell. Der Kampfplatz. Neue Map kenne ich auf jeden Fall nicht. Da freue ich mich auf jeden Fall schon. Schöner Sandspielplatz. So, wollen wir jetzt mal losgehen mit unserer helle Bade? Angriff! Und der erste ist schon weg. Wo kommt der nächste? Da. Und weg. Aua. Was spinnst du? Au. Du, willst du mich jetzt verarschen? So, weg. Oh, fuck. Da ging das erste schon los. Ja, Mann. Dann gehen wir weiter. Oh, mitten in die Action. Spontrap. Oh. Ich glaube, das hat wehgetan. Wie? Au. Was spinnst du? Der Kontert. Hat das wehgetan? Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Oh. Oh, ich glaube, der spinnt ja wohl. Hallo. Oh. Oh, ich bin wieder von dem Flick. Ach, geil. Aber was? Die haben schon sechs. Ach so, ja, stimmt. Ich bin ja mitten in der Runde gespawnt. Aber trotzdem geil. Okay, jetzt. Auf, ah, scheiße. Oh. Cool geflogen, Bro. Cool geflogen. Ja, komm mal her, du. Und weg. Au. Okay. Ja, sag mal. Komm her. Und er ist weg. Schön, wie er axtet. Auf, ah, scheiße. Ja, Bruder. Das ist wohl nichts mehr mit Selbstbefriedigung. Ja, geil. Oh, ho, 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 ho. Nein. Huch. Hä, was hab ich jetzt? Hä, Third Person? Also, ich hab das Spiel seit der Beta gespielt. Warum hat mir denn niemand vorher gesagt, dass es eine Third Person Ansicht gibt? Das hätte ich doch... Ey, das ist ja geil. Ich kann einfach wechseln. Das ist schon cool, muss ich sagen. Das gibt natürlich den Spielern, je nachdem, was man für eine Vorliebe hat. So kann man seine Skins, beziehungsweise seine Kleidung sehen. Oder man kann halt den Ego so richtig dieses Waffengefühl haben. Also, ist schon cool gemacht. Also, ich hab einen besseren Überblick. Hä? Ach. Alter, ist ja geil. Au. Hey, ihr müsst ja nicht gleich übertreiben, okay? Autschi. Ja, Autschi, das sag ich auch. So, komm mal her, jetzt zwei. Okay, es war nur einer. Oha. Ja. Ei. Oh, aber ich würd sagen, die First Person Sicht ist schon geil. Zwölf Sekunden später. So, jetzt kann ich auch mal meinen Ritter gucken. Dann wollen wir mal. Angriff. Nope. Oh Gott, war das schlecht. Und über Kopf fieb. Also, mit meiner Reichweite stimmt ja gar nichts mehr. So, jetzt geht's auf so'n Sack. Fancy Footwork. Ja, war sehr fancy, das Footwork. Scheiße. Oh, das geht wieder hoch. Und... Oh. Autsch. Kill 10 Enemies. Jawohl, Alter. Das ist auch richtig so. Oh nein, hau ab. Nicht aus dem Spawn, du. Komm, warte, Spielstopp. Hallo. Stopp, stopp, stopp. I don't think so. Soviel zum Spielstopp. Wie sieht denn das Schreien aus? Ja, au. Ey. Ich war gerade am Schreien. Was bist du denn für einer? Wow. Kommt der da mit seinem Hammer an? Sag mal, was willst du denn hier rumnageln? Weg mit dir. Es braucht nur 10 mehr. Au. Was zum... Alter, aber Deathmatch ist so richtig komisch. So, der ist gleich weg. Wie viel steckt der denn ein? Ja, Double Kill, hä? Was guckst du denn so, du Hans? Komm, du kannst direkt auch noch eine mitkriegen. Oh. Zwei auch noch. Aua. Das hat wehgetan. Ja, aber der hat auch eine. Komm, pisse dich. Direkt aus dem Spawn raus. Oh, Junge. Deck den Kopf weg. Und weg. Oh, hat das wehgetan? Oh, mir geht hier... Hä? Was war das denn? Ja, das will ich auch sagen. Danke für die Hilfe. Oh, fuck. Schon wieder von hinten. Das hasse ich es an den Deathmatches, muss ich sagen. Oh, der Angriff. Und wieder einer weg. Oh, nein. Alter, nein. So kann das nicht, Alter. Das ist Schande. Oh, was machst du denn da unten? Au, ey. Die Schlachtsafe vorbei. Was für ein ruhmreiches Ende. Oh, die Schlacht vom Wege. Auf jeden Glade. Ja. Sprachen lernen, Bubble. Die Schlacht von Warden Glade. Die müssen wir direkt auch mal machen. So, was für eine Klasse nehme ich denn. Dass die alles weggeändert haben, ne? Ah, komm, ich nehme mal den Ritter. Ich habe mal Bock drauf. So mit langen Schwert. Was willst du denn? Ja, komm ruhig her, Junge. Komm her, Junge. Komm her. Hä? Ich habe noch einen Ritter genommen. Au. Yo. Das geht ja schon gut los. So, der ist weg. Danke. Wow. Ah, nur R2 kann er. Und das stirbt jetzt. Nicht. Dann weich ich dir einfach mal aus. Und? Was machst du jetzt? So macht man das, Junge. Oh. Kommt er mit seiner hellen Bade an. Nicht genug Ausdauer. Das habe ich auch gesehen. Au. Oh Gott, ich kann mich gleich beerdigen. Ich habe keinen Ausdauer. Danke. Habe ich hier eine Waffe? Ja, danke. Ich bin meine hellen Bade wieder. Ich habe keinen Verband. Ich bin auch schnell ein Verband. Walla. Stell dich nicht so an. Keinen Grund zu heulen. Oh Gott. Hau ab, Mann. Dein Messer. Loser. Mist, Alter. Der hat mich mit dem Messer gekillt. Scheiße. Okay, leichte, dezente Aggressionsprobleme. Ja, jetzt. Okay, der hat schon mal den Kopf verloren. Nur nicht den Kopf verlieren, Bruder. Irgendwann wirst du auch mal gut. Oh. Okay, das hat. Hat er mich getreten? Oh. Hat er es mir getan? Tja, es gibt nicht nur eine Zeit. Oh. Tja, ich kann mir wohl keinen mehr jacksen jetzt. Scheiße. Man merkt aber, in third person musst du dir doch so ein bisschen angewöhnen, wo du hin musst. Oh, den habe ich getöten. Oh. Was? Wen willst du denn? Komm her. Ja, ich bring noch mehr von euch um. Wo seid ihr? Oh, was ist das denn? Alter. Mein Schwert ist weg, Junge. Jetzt muss ich mit so einem kleinen Zahnstocher hier kämpfen. Was war das denn jetzt? Ja, Dome. Was ist das denn jetzt? Weg mit dir. Wieder einer weg. Alter. Ich hasse das, wenn die so in den Rücken spawnen, ne? Das ist so dämlich. Was? Das war meiner. Komm her mit deiner dämlichen Keule. Ich hoffe, es hat wehgetan. Hast du mich getreten? Hat du nichts gebracht? Kein Verband übrig. Oh nein. Da wollte ich den abhören. Und da kam das. Ey, aber ich muss sagen, so ein Deathmatch ist eigentlich ganz gut, um ein bisschen so Combat-Mechanik zu lernen. Treniert so hart, bis euch die Haare ausfallen. Das ist der einzige Weg, wie ihr stärker werden könnt. Über Kopfi. Der ist weg. Der ist auch weg. Kombo. Ey, der war mir. Du hast ihn mir geklaut. Da, komm her. Susch dich, Mann. Alter! Nein! Das war doch jetzt scheiße. Da färb ich einfach mein Schwert weg. Ich erwische mich, wie ich Spaß habe, obwohl ich abgemetzelt werde. Oh, das ist schon unser nächster Opfer. So ein bisschen Ausdauer tanken, ne? Muss auch mal sein. Was? Nein, der war mir! Was willst du denn jetzt? Du Haberfring da. Was soll ich? Er schießt mich doch einfach. Ein Angettet. Ey, nein! Ich glaube den doch nicht immer. Was ist mit den Leuten los? Alter! Du musst ja echt alles. Du musst ja auf alles hier aufpassen. Rücken, ne? Von vorne, von hinten, von der Seite. Von den Seiten, die du nicht mal kennst. Ach, bitte entschuldigt vielmals. Ihr habt ein paar Arme. So, weg mit dir. Schön auf dem Kopf. Au! Der ist auch weg. Komm her, du! Oh, müssen wir jetzt ein bisschen Pause machen. Da ist er weg. Oh, geblockt. Muss ich ein bisschen aufpassen. Ich hab keinen. Der ist gestorben, Alter. Im Spawn. Geil, der ist einfach umgefallen. Komm her! Oh, komm! Oh! Hört ihr mal auf. Und ich wurde vom Assassin's Power gezötet. Alter, 24 Kills. Was sind das für Crackheads, Alter? Ich spiel grad mal die ersten Rücken. Weg mit dir. Da ist er weg. Und stechen. Und hauen. Uh, der gute Simon ist def. Kombo. Ah, zu spät gekontert. Wow, was war das denn? Zwei Helvatenkämpfer, ja? Au. Okay, jetzt geht's einer auf die Mütze. Komm, komm! Ui, ui, ui. Ausgekontert ist nicht so schön. Ich hasse das. Du kommst mit diesem R2-Angriff viel zu gut durch, merk ich grade. Au. Au, der hat mich getreten. Ey. Ja, genau, hab ihn weg. Gut gemacht. Spiel, stopp. Au. Einer weg. So. Ich hau dich noch weg, Junge. Ich hau dich noch weg. Das kriegt nichts. Au. Ich hab grade Leben dazu bekommen. Und sehr schnell slappt er mich. Erster mit 35. Langschwertrang erhöht. Ja, so ist das doch nice. Zwölf Uhr, Mieternachs. Aha, geil. Weil, aber ich muss sagen, so diese Third Person an sich, die hat mir schon richtig gefallen. Ah, diese Assassin's Power. Oh, Junge, Alter, was macht das denn das für Crackheads? Also, er hat mich noch viel, viel zu üben anscheinend. Aber 23 Kills. Oha, ich bin aber auch nicht schlecht. Ja, waren auf jeden Fall zwei spaßige Runden. Hat mega Spaß gemacht. Und ich muss sagen, für T-Force 2 kann man sich wirklich gönnen. Und was ihr euch auch gönnen könnt, ist ein kostenloses Abo auf diesem Kanal, damit ihr keine weiteren Gaming-Videos hier mehr verpassen könnt. Und ich sag jetzt noch Tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken.